Hallo zusammen, was haben eigentlich Skat und Angeln gemeinsam? Naja, ihr habt es schon so ein bisschen gesehen, diese Handbewegung auf jeden Fall schon mal. Und wer Skatinsel spielt, der weiß ja auch, beim Skat geht es genauso wie beim Angeln darum, kleine, mittlere und manchmal auch richtig große Fische aus dem Wasser zu holen. Ja und was soll ich euch sagen, der eine oder andere hat sich immer mal wieder bei mir gemeldet und gefragt, machst du auch Seminare, machst du auch Skat, Reisen? Und habe ich bisher nicht so im Angebot gehabt, aber jetzt habe ich gedacht, ja, wir wollen auch mal optimistisch in die Zukunft schauen, wissen natürlich um Corona, wollen trotzdem optimistisch nach vorne schauen und zusammen mit meinem Skat-Kumpel Kai bieten wir euch eine kleine, aber feine, kombinierte Skat- und Angelreise auf die Balearen an, Zeitraum Ende Mai, Anfang Juni. Schaut euch das mal an, Flyer verlinke ich hier unten, könnt ihr alle Details reinschauen und dann könnt ihr mich auch mal erleben, wie ich mal was komplett Neues lerne oder auch nicht. Also, ich freue mich, wir freuen uns von euch zu hören und dann demnächst, seid dabei, ab geht's!